Wir sind jetzt bei FFH, unserem Haus und Hof Sender. Wir spielen die Hits. Müssen wir natürlich uns auch spielen. Und wir gehen jetzt rein. Und los. Und los. Gegen die ist sogar mein Offenbacher Kops-Tsunami-Markt mit Wurst und Pupskässen für all der schwere Freude gehen ab. Können wir noch mal ganz kurz Applaus haben, wenn wir reinkommen? Nur einmal noch, ja? Noch einmal bitte. Ein feller Applaus. Ich hätte gerne 100 Euro abproben. Ich brauche die Karte nicht. Du bist doch vom Rap-Song. Stimmt, ja. Jetzt war dein Einsatz falsch. Unsere Filiale votet für Rap-Song und ihr solltet das auch tun. Also, wir Bestwascht in Town, wir voten für Rap-Song. Gebt alles und alle ringsrum, ruft für Rap-Song an unsere Frankfurter Jungs hier die Besten. Geil, geil, geil. Die Besten, geil, geil, geil. Ich sag 1, 2, 3 und dann sagst du, vote for Rap-Song. Ja? Und jetzt? Okay? Ja? Ja? VOTE FOR RAP-Song! VOTE FOR RAP-Song! Ruf für Rap-Song an, ruft für Hessen an! Hi, kann ich mal ein Foto von dir? Ja, klar. Ruft an für Hessen, ruft an für Rap-Song! Ruf an für Hessen, ruft an für Rap-Song! Ruf an für Rap-Song, ruft an für Rap-Song! Ruf an für Hessen, ruft an für Rap-Song! Ey! Nicht scratchen! Ey! Nicht scratchen! Ey! 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 Peders civilian! Puhh! Sehr guter, sehr guter TÜN? So.